Wir sind heute als Kakerlake unterwegs, Leute. Und wir müssen heute probieren, alle Sachen zu finden fürs Mittagessen, ohne den Menschen aufzuwecken. Können wir es schaffen? Ich bin eine Kakerlake. Ich auch. Was machen Sie Kakerlake für Geräusche? Ich auch. Ja, ich bin auch eine Hallo. Ich weiß gar nicht, was ich für Geräusche hier mache, sondern es Kakerlake. Aber guck mal, siehst du das da links auch? Wir haben ein Mittagsessen-Fortschritt. Stimmt, hier Popcorn, Donut. Sollen wir diese ganzen Sachen besorgen, oder was? Ich muss sagen, ich habe auch schon ganz schön Hunger. Ich könnte so langsam mal was essen. Ich könnte eigentlich auch ganz gut was essen. Aber nicht, dass wir das irgendwie, der Kammerjäger. Ich glaube, das ist hier Popcorn. Ich habe jetzt hier das Popcorn, das kann ich jetzt nehmen. Und jetzt? Guck mal, ich habe es dran an mich rangemacht. Ah, loll, guck mal, das kann ich auch nicht mehr so ein Block, aber den würde ich auf jeden Fall nicht gerne essen. Aber du musst aufpassen, dass die Menschen nicht wach werden, weil sonst kommt der Kammerjäger. Oh, du hast recht, du hast recht, du darfst nicht weg. Und jetzt kann ich das dir ablegen, oder was? Genau, oben kannst du so reinpacken. Ich habe es jetzt hier reingelickt, hast du auch den Fortunat schon? Habe ich auch schon, ja, habe ich auch schon. Okay, das heißt, du müsstest auch die anderen Sachen finden. Genau, ich gehe schon mal auf die Suche. Ich suche hier schon mal was, was hier tut. Boah, ist ja riesig hier. Das ist ja echt richtig groß. Ey, das ist ja voll cool, dass wir die Sachen so mitnehmen können. Ja, sag mal, so eine Kakerlake, die holt sich halt mal das, worauf sie Bock hat. Hä, Kaspar, wir können einfach an den Wänden hochlaufen. Hä? Ja, ich weiß, hä, wusstest du es nicht? Nein, ich wusste nicht, dass wir so eine coole Kakerlake sind. Ja, wir können richtig klettern und sowas. Hä, wir müssen auch mal irgendwo oben rauf und das Essen da holen. Oh Gott, ich bin an der Decke, Hilfe. Okay, warte mal. Wo bist du jetzt gerade? Ich bin in der Küche, das ist sozusagen, wenn man da ein bisschen weiterläuft. Ich versuche hier gerade, ich gucke jetzt mal auf den Essenstisch hier drauf. Weil ich habe jetzt hier gerade den Donut, den wir halt auch brauchen. Den Donut, okay, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ich habe bisher noch nicht eine Essenssache gesehen, außer das Popcorn vorliegt. Ja, ich merke das schon, dass ich das alles wieder alleine machen muss, ne? Wieso gar nicht? So, Donut gibt es auch. Ich laufe hier halt ein bisschen rum gerade und gucke auch nach dem Essen. So, hier, das auf diesem Tisch hier ist doch bestimmt was drauf. Warte mal, wir können, warte, kann ich die Mikrowelle mitnehmen? Alter, ich kann die Mikrowelle die Tür abreißen, gefühlt. Ja, aber pass, Alter, jetzt hör auf, da so rumzurücken, nicht, dass der Mensch schwach wird. Ja, du hast recht. Das ist so ein bisschen der Kammerjäger. Du hast recht, du hast recht, okay. Wenn der uns sehen, oh Gott, hier schlafen die. Wo bist du denn jetzt überhaupt unterwegs? Hey, Alter, das ist einfach eine Sackgasse. Ich bin, wenn du sozusagen da links lang sozusagen, weißt du, was ich meine? Hm, ja. Links, links, außen, runter. Ich habe jetzt hier direkt schon eine neue Sache, und zwar einen Keks. Alter, ich glaube, ich bin hier die ganze Zeit in die falsche Richtung gelaufen oder sowas, oder was? Als wenn es hier, ja, ich bin im Keller und hier ist nichts zu essen, oder was? Hä, du bist im Keller, warte mal, ich komme jetzt ganz so zu dir, du bist im Keller? Ach, Alter, hier geht es ja noch viel weiter. Yo. Was denn? Ja, hier, da bin ich ja, hier, das bin ich. Da komme ich gerade her, das ist nicht eine Essenssache. Ich war in der Küche. Ja, da ist gar nichts. Und was kann man hier machen, warum können wir jetzt hier hingehen, ne? Ich habe die ganze Zeit rumgeguckt, ich dachte, da wäre überall was zu essen, aber da ist nichts. Ne, ne, das ist meistens in der Küche so verteilt. Ja, ja, ja. Okay, was denn hier ist Plötzevision, was ist denn das? Ah, Kakerlakenblick, okay, den brauchen wir aber nicht eigentlich, ne? Ne, 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 ne. Ich habe aber langsam wieder Hunger, ey, ich würde gerne mal wieder was Neues zu essen besorgen. Ich auch, ich habe schon einen Donut besorgt und Kekse. Also ich habe quasi alles drei besorgt. Und der ist da immer noch am Schlafen, ne? Ist da oben auf dem Tisch drauf? Ey, da ist so ein riesiger Kakerlaken, ja genau der da, da ist so ein riesiger Kakerlakenanführer oder sowas. Auf dem Tisch? Ist das auch? Stimmt. Ja, da ist doch irgendwas auf dem Tisch, oder? Warte mal, wir können so Sachen kaufen. Was ist das denn? Roach Antenne. Ich kann für 100 Robux eine Antenne kaufen. Ach, damit du wahrscheinlich ein bisschen mehr, damit du wahrscheinlich ein bisschen mehr erschnuppern kannst oder sowas. Sicher? Ich habe das jetzt gerade gekauft und ich besitze den Artikel. Du bist jetzt auch größer geworden oder so. Ich sehe genau gleich aus. Wie? Das ist doch Veräpplung. Eine große Antenne? Ja, ja, ich habe mir die Antenne gekauft. Stimmt, du hast recht. Hey, du könntest so aussehen wie dieser, guck mal, wie dieser Käfer da, siehst du das? Ah, wie das Ding jetzt hier. Ich muss so einmal drauf. Oh, oh mein Gott. Oh, warte mal. Was ist denn da mit dem? Kann ich die Antenne einfach jetzt mitnehmen? Ey, nein, ich bin runtergefallen. Ich ziehe dem hier die Beine, ich ziehe dem hier die Beine lang. Alter. Das sieht echt mega verrückt aus. Aber wir dürfen unsere Vision nicht vergessen, Kasper. Ja, du hast recht, du hast recht. Wir müssen da Essen finden. Hier oben. Warst du schon oben in der Küche? Ja, oben in der Küche war noch irgendwas anderes. Ich komme mal ganz so mit dir nach oben. Hier ist ein Lolli, ja, den nehme ich mit. Genau, der Lutscher, das ist der Lutscher. Aber wie das Ding ist, mir fehlt, uns fehlt immer noch dieses Brot, das habe ich nicht gesehen. Diesen Twizzler. Warte mal, das ist, keine Ahnung, Leute. Was ist denn ein Twizzler? Das weiß ich auch nicht. Und eine Banane. Hast du immer eine Banane gesehen? Eine Banane habe ich auch gesehen. Die ist hier in der Spüle drin in der Küche. Die hole ich auch mal. Die will ich aber nicht essen, wenn die in der Spüle liegt. Das ist ja voll eklig. Ja, die ist auch schon benutzt. Das ist richtig, richtig eklig. Aber ich nehme die trotzdem mal mit. Ja, dann hol dir auf jeden Fall mal die Banane. Warte mal, vielleicht musst du auch irgendwelche Sachen noch in die Mikrowelle vorpacken. Ah, das, warte mal, Twizzler? Das sind doch so irgendwie so, so Toasterbrote oder nicht? Nee, ich glaube, Twizzler ist irgendwie, ach, ich weiß auch nicht genau. Ich gucke jetzt mal ganz kurz hier vorne, wie irgendwas beim Kühlschirm oder so ist. Also, das Ding ist, die Map ist ja extrem groß. Das ist ja nicht ohne Grund, dass die extrem groß ist. Verlocker liegt denn irgendwas anderes. Safe, safe, da muss doch was sein. Warte mal, da hier ist so ein Müll, ne, eine Badewanne oder was ist das? Safe hast die übersehen oder so. Ich habe da rumgeguckt, wie wir, weißt du, ich schwöre dir, da war nichts. Ich gehe jetzt in das Klo, ich gehe ins Klo. Was ist hier oben? Da liegt ja mal ein Bett. Okay, alles gut. Ich dachte, das wäre Toastbrot. Ich wollte gerade sagen, sag mal. Ich dachte, das wäre Toastbrot, aber das war kein Toastbrot. Ein Toastbrot. Okay, warte mal, hier in den Schränken. Ey, warte mal, kann man Schränke auch aufmachen? Nee, ich glaube, man kann die Schränke nicht aufmachen. Aber es wäre auf jeden Fall echt mega cool, wenn das gehen würde. Ey, Treppen hochgehen ist aber als Kakerlake voll anstrengend, ne? Man muss immer die ganze Zeit aufmachen. Ja, ja, das ist schwierig, aber da unten ist nichts. Das hast du auch gesehen jetzt. Das habe ich unten alles abgecheckt. Uns fehlt doch Toastbrot. Jetzt wird es langsam schwierig, muss ich sagen. Das Brot. Was glaubst du, dass Brot sein kann? Hier ist ein Kühlschrank, ne? Ich glaube, das stimmt, aber hast du mal probiert, den Kühlschrank aufzumachen? Auch nicht, oder? Nee, also oben drauf ist auf jeden Fall auch alles sicher. Bei dem Ding daneben auch alles sicher. Können wir mal machen? Twissler, ich sehe ihn. Oh mein Gott, du bist ja so blind. Wo denn? Ich weiß jetzt wieder, was Twissler sind. Das sind so Zuckerstangen. Wo bist du denn? Und die ist hier oben, hier oben beim Tisch jetzt, beim Abgabeding. Und der Twissler ist hier oben auf der Mikrowelle gewesen. Wie jetzt? Du warst doch richtig blind. Guck mal, ich zeige dir den. Warte, ich komme. Als ob das auf der Mikrowelle war. Das war auf der Mikrowelle, einfach oben drauf. Warte, ich bin gerade, ich bin gerade in der Toilette. Okay. Na komm. Warte, ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme jetzt hier um die Ecke. Hier oben, hier oben. Wo war es hier, der Twissler? Ich bin jetzt hier um die Ecke. Der Twissler war oben auf der, ich bin, ja, ich bin hier oben drauf. Der Twissler war auf der hier. Das Ding. Der Twissler war auf der Mikrowelle. Ja, das kennt man doch, diese Zuckerstange. Lass los. Ja. Lass los. Ja. Geht mir da, hör auf. Hör auf. Warte mal, ist hier vorne das Brot? Ist das hier das Brot auf dem Boden? Nee, ne? Viel stärker als ich. Ich bin echt sehr, sehr stark. Hä, du ziehst mich viel stärker, viel weiter weg. Ich weiß, weil ich die anderen Sachen alle geholt habe. Deswegen habe ich so unnormale Fähigkeiten. Okay, aber lass mal hochbringen jetzt. Lass hochbringen. Okay, warte, ich bringe jetzt auch gerade hoch. So. Ja, zack. Ey, du haust mich hier runter. So, und ab dem jetzt. Ey, das sind ja nur Bananenschalen. Ja, ich habe doch gesagt, dass es eine alte Banane ist. Äh. Eine alte, aufgegessene, aber, Alter, wir sind Kakerlaken. Wir dürfen nicht solche Ansprüche haben. Okay, warte mal. Kakerlaken essen gerne Bananenschalen. Ja, ich weiß. Wo denkst du, das ist jetzt hier das Brot? Also irgendwo in der Küche wahrscheinlich, ne? In der, ich hätte jetzt gedacht, hier in der Ecke. Aber ich glaube, das ist viel offensichtlicher, als wir gerade denken. Ich glaube, das ist viel offensichtlicher. Das könnte gut sein. Also in der Spülung auf jeden Fall schon mal nicht. Hier in dem Schrank. Ich gucke mal hier auf dem Schrank drin. Ja, das könnte, so obendrauf könnte da auch sein, oder? In dem Schrank drin wäre natürlich auch interessant gewesen, ne? Ich gucke jetzt. Ja, safe. Das kann doch locker jetzt auch irgendwo oben ganz, äh. Habe ich auch überlegt. Hast du alles schon abgecheckt, aber? Ne, 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 aber ich gucke gerade. Aber vielleicht benutzt du das auch als Kopfkissen oder so, das Brot. Das wäre auch krass. Brot als Kopfkissen. Ja, kann ja sein, dass der da irgendwie, warte mal, ich springe mal. Aua! Aua! Oh mein Gott, hab ich gekillt. Hab ich auch gekillt. Ey, jetzt haben wir einfach nur noch zwei Leben. Das war einfach, jetzt haben wir gerade drei Leben, aber jetzt haben wir noch zwei Leben. Ah, du hast recht, stimmt. Okay, also den Menschen dürfen wir mich einfach nicht berühren. Ne, warte mal. Ist das Brot? Ich sag jetzt so aus. Ich dachte, ich hätte gerade ein Toastbrot gesehen, aber... Aber, warte mal, dann ist der Lock auf der Fensterbank. Ah, doch nicht. Ich gucke mal ganz kurz, warte. Ey, das ist doch, wir denken viel zu viel nach gerade. Ich glaube, das ist viel offensichtlicher irgendwo. Wahrscheinlich haben die Leute das schon gesehen die ganze Zeit. Ja, aber wo soll denn bitte schön das Toastbrot sein? Nein, ich gucke doch hier gerade alles. Beim Fußball ist kein Toastbrot. Ich gucke doch auch durch. Hier, guck mal. Vielleicht ist das irgendwo... Hilfe! Ja? Beim Fußball, siehst du mich? Ich seh nicht. Warte mal. Wenn das geht, dann kann man doch bestimmt auch skaten, oder nicht? Ah! Das geht nicht. Aua, ich bin runtergefallen. Warte mal. Ich geh auch mit dir. Ich denke, wir haben das Toastbrot gerade gesehen, oder? Wieso? Wo soll das sein? Ist es hinter dem Skateboard? Nein, okay. Ich dachte gerade. Hier oben drauf vielleicht? Irgendwo hier in so einer... Hier hinten irgendwo? Ne, auch nicht. Es kann doch nicht sein, dass wir das Toastbrot nicht finden. Was sieht mein Kakerlakenauge da? Ist es das? Ne, oder? Wo ist das Brot? Hast du das gesehen? Nein, nein. Ich hab's noch nicht gesehen, aber ich glaub, da ist irgendwas. Warte mal. Ich geh nochmal hoch. Die Leit hier war ich eben schon. Vielleicht ist das hier auch das Donutbrot-Ding. Aber den haben wir ja schon abgegeben, oder? Oh mein Gott. Aber Donut haben wir doch schon... Ja, Donut haben wir schon. Donut ist ein Donut. Ein Brot ist ein Brot. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also es kann doch nicht sein, dass alles gefühlt in der Küche ist, außer das Toastbrot. Der versteckt das hier irgendwo. Hier ist doch eine Badewanne. Pass auf, warte. Ich kauf mir jetzt einfach... Pass auf. Ich kauf mir jetzt einfach den Kakerlakenblick. So. Und jetzt kannst du uns gucken. Kann ich jetzt sehen? Ja. Habe ich ihn jetzt? Vision aktiviert. Oh mein Gott. Ich seh das Board. Ich seh alles, was weiß außen rum. Oh mein Gott. Oh? Wo ist es? Komm mit, komm mit zu mir. Wo bist du? Ich komm, ich komm, ich komm. Ich bin hier doch beim Raum hinten. Ich komm auch in die Küche. Warte. Ey, das ist halt wirklich in der Küche gewesen, das Brot. Wo war es denn? Also ich hab's noch nicht... Ich weiß, wo es ist, aber ich sag's dir noch nicht. Mal gucken, ob du es vielleicht checkst. Ich hab's heute schon gesehen. Ich komm jetzt. Also ich bin jetzt gleich beim Fußball. Siehst du den Fußball? Pass auf. In dem Raum, wo du bist, ist schon richtig. Okay, hier ist richtig. Hier in dem Raum ist richtig. Aber sag mal noch nichts, okay? Lass mich noch ein bisschen raten, okay? Ja, okay, okay, okay. Du darfst gerne raten. Du musst ein bisschen heiß-kalt sagen. Ich sag dir mal die Richtung. Kälter. Wird hier noch kälter. Nee, nee, wird's noch kälter. Oh mein Gott. Ja, du hast es gesehen, ne? Oh mein Gott, ja, hier oben. Da liegt einfach das Toastbrot. Ich weiß. So ein dünnes Toast. Was? Warte mal, das müssen wir gar nicht aufsammeln. Das können wir auch so schon runterschieben, oder? Denkst du? Oh mein Gott, das zerfällt ja auch noch fast. Das ist echt kaputt. Sehr gut. So, okay, jetzt haben wir das Toastbrot auch eingesammelt. Warte mal, ich will mich draufstellen. Okay, los. Okay. Der Surflat. Nein, komm doch mal rauf. Der Surflat Kasper. So, jetzt müssen wir das Toastbrot noch hier oben. Ah, warte. Alter, oh mein Gott. Kriegst du das überhaupt? Oh Gott, ich hab's auch geholt. Ey, ich muss sagen, bisher schon gut. Oh mein Gott, wir haben's. Oh mein Gott. Wir können das Mittagessen jetzt genießen. Lecker Bananenschale mit Twirlers und Donuts und Peksen. Aber hier der Cookie auch ganz lecker. Das war ja übertrieben lecker. Das hat richtig gut geschleckt. Ich glaube, was Leckeres habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Hä, und jetzt haben wir... Wir können nicht das Abendbrot machen? Ich würde gerne das Abendbrot machen jetzt. Hä, warte, guck mal, die Sachen liegen jetzt hier woanders, oder was? Die haben jetzt so Lutscher, der Twirlser, da vorne ist das Popcorn. Stimmt, die Sachen liegen jetzt einmal alle woanders. Also wir haben jetzt noch einmal alles aufgegessen. Ja, also es war leider... Okay, also jetzt haben wir das Mittagessen gemacht. Ja, das war unser einziges Mal. Aber... Das haben wir schon gemacht hier. Deswegen sind wir auch nur so eine Kakerlake. Ja, ja. Na gut, okay. Wee! Das ist gut. Das ist auf jeden Fall gewesen, Leute. Wenn ihr von der Merse möchtet, lasst gerne ein Like und Abo da. Checkt die beiden Videos aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao. Ciao.